Eines Tages aber vielleicht wieder um Punkte, denn der Stolz ist in unserer Brust zurückgekehrt. Dieser Rasen trägt wieder die Hoffnung einer ganzen Region. Unter diesem Dach werden wieder Millionen blau-weißer Herzen schlagen, die aus einer großen Vergangenheit ihre Kraft und den Klanten an einer großen Zukunft versinnen. Denn Visionen brauchen Menschenartikel und einen Ort, an dem sie wahrhaben können. Wir sind wieder da.